hallo zu einer neuen folge für forest mit concord halli hallöchen und für alle die es nicht mitbekommen haben man kann steine löschen und dann kann man hier so einen wunderschönen weg bauen das ist das schwarze wasser 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 trinken 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 ich hab grad ich bin fast tot ohne scheiß ich bin jetzt fast so ich habe einmal leben weil ich zu lang ist der schwarze dinge wird das da oder das da alles bringt gar nichts wenn du noch um das hat aber noch ja das war auch gut noch du musst es da ist das da ist ja ich bin schon voll ich musste noch mal trinken ja heftig also weil hier alles trocken haben so viele schildkrötenpanzer und irgendwie immer alles ausgesoffen nicht gedacht dass es irgendwann mal leer sein könnte ja ich hätte ich auch nie gedacht eigentlich verdunstet der scheiß eigentlich nähe oder wahrscheinlich schon was sonst kann ich weiß nicht weil es froh dass ich wieso habe ich fleisch hier drin ablegen ablegen ist alles vergammelt oder ja jetzt muss ich aber medizin nehmen weil gerade volle rotze aufs maul bekommen habe unser feld ständer ist ja komplett voll ich kann nichts mehr nennen ja deswegen habe ich sammle ich auch schon im inventar da könnte man mal überlegen ich habe auch schon überlegt noch ein haus irgendwo nur mit fälle habe ich auch mal überlegt weil ich habe dann echt überlegt ob man das da so gesagt also erstmal alle fälle nehmen woanders hin bauen eigenes haus und nur solche dinge sind und dann das wegreißen und noch so ein fleisch ding das könnte man echt irgendwie ich gehe mal die treppe bauen das machst du schon gespeichert haben wir ja oder und auch die schließen nein ich will auf sich schießen stirbt halt irgendwas geht hier richtig ab ist der trend oder wie es ist es wird es ja direkt bei uns ja lol hier ja so ist gut wir schön sterben schön sterben der ist doch ja ich glaube da ist ein fehler unterlaufen ich glaube wir müssen neu laden muss kurz ausprobieren warte lass mich das noch schnell ausprobieren dann gucke ich noch mal lol da ist tatsächlich einer drin ja weil ich glaube ich habe es verkehrt rum gehabt das heißt die das loch ist zu breit für die treppe ich hätte es genau andersrum machen sollen ja genau ich schreibe es von den kollegen kriegs aber erstmal hätte schon drin ja 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 ich glaube das muss echt neu laden das gefällt mir so nicht ja sowieso schon viele gegner gekillt tut mir so leid ja treppe ist sau schwer zu bauen ok es geht darum weil das loch jetzt zu breit ist das ist hier so eine lücke weißt du das ist kein das ist kein quadrat das ist quadratisches loch sondern eher ist also kein es ist ja ja geht es denn da jetzt so genau wir können es ja gern mal bauen und ausprobieren wie es ausschaut brauchen wir aber wiederholen ist aber wenn das so ja das ist halt so eine kleine Lücke neben dem weiss nicht ist es so schlimm hm hör mal das ist vorrest ich würde das vielleicht nicht Millimeterarbeit irgendwie in der Prozession haben hm hm ja ich muss mal gucken es geht schon es ging aber schöner das muss ich auch sagen ja klar das geht natürlich ich habe es gut mal klatschen ja die von Prozent ne ne weiss ne ne ih Ja, ich hab auch schon überlegt, ob ich's mache. Aber ich mach's nicht jetzt, nicht, dass wir ins Neue starten. Boah, Alter, volle Schrocken. Ey, im Glück, sagst du, ich hab eh nochmal löscht. Warum? Weil die geht ja... Die geht ja voll über. Was, die geht drüber? Ja. So schön aus eigentlich. Zwei Planken eigentlich zu viel. Zwei Planken zu weit. Warte, ich schau's mir wahrscheinlich an, was du meinst. Ich glaube, du kannst auch gleich mal laden, weil... Ja, dann laden wir euch. Gut, zum Hauptmenü. Ja, dann mach ich's gleich richtig. Ja. Ja. Da kann ich aber noch ein bisschen aufpassen, wie du dann hier baust. Ach, nicht beintreten. Zurück zum Hauptmenü. Da, Einladung, rein mit dir. What? Ich hab keine bekommen. Schick nochmal. 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 Jetzt. Weiterspielen. Oh, Mann. Ja, das Spawn in Forest, ne? Ja, gut, bei Treppen ist das halt beim wegreißen schon ekelhaft. Weil, wenn du da ein Loch reinmachst und dann passt das Loch nicht, dann... Du hast keine Möglichkeit, das zurückzumachen. Also, du müsstest den kompletten Boden wegreißen und neu bauen. Hm. Und die Treppen sind schon ekelhaft. Das hab ich mir fast gedacht, deswegen hab ich gesagt. Speicher mal... Vor allem dieses mit den Treppen in den Häusern ist das schon... arg heftig. Ja. Ahja. Hä? Es ist Nacht. Wollen wir mal schlafen oder machen wir durch? Äh... Wie ist es Nacht? Kannst du es in der Nacht irgendwie planen? Ja, sicher, aber... Ja, mach mal. Mich wundert nur, dass es Nacht ist. Weil, als wir das Dach fertig gemacht haben, was glaube ich hält? Oder irre ich mich da jetzt? Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Äh... Na gut. Da. Ich hab's so gemacht. Brauch's aber... Genau, so brauche ich's. Dann mach ich das aber so. Mach da noch Abstand. Und... Es fehlt ein Stock, oder was? So, und dann... die Treppe. Oh. Oh. Boah, das ist echt schwer, weil die sich auch jedes Mal verändert. Ja, so diesmal schaut's nicht raus. Schaut's nicht raus? Ne. Gut. Aber es wird trotzdem zart jetzt. Ach Gott. Weil... das muss ich wieder drehen. Ach so, irgendwie kommen da neue Geräusche aus. So. Wo kommen neue Geräusche? Aus dem Wald. Neue Geräusche? Oder vielleicht doch mal so ein Wurm oder so eine Zene. Schauen wir mal. Das wird sehr interessant. Du schaffst es. so. Naja. Perfekt. Das auch noch? Ja. Theoretisch muss ich jetzt... ...Ohh. So. Eine Breite ist perfekt. Ich will diese blöde Plattform da nicht, weil das ist ganz doof. Das ist immer... Ich zeig dir das nur mal, es ist immer so So fange ich an, ne? Ich setze es da hinten an Und ziehe es dann runter Ja Aber wenn ich dann Wenn ich die ein bisschen weiter ziehe Schaut es so aus Ne? Ich zeig es dir nur schnell Dann macht es hier immer so eine blöde Plattform Prinzipiell ist ja okay Kann es ja machen Aber dann muss ich das Loch hier ausweiten Größe machen Sag mal, diese kleine Treppe, die du gerade gemacht hast Die passt doch normalerweise Ja, aber die ist so steil Ich weiß nicht, wie es denn hochgehen ist Findest du nicht? Also wenn du die flacher machst, muss das Loch auch länger werden Wenn ich es flacher mache, dann kommt automatisch diese Plattform dazu Ja, und du musst das Loch dann halt Genau, und dann muss das Loch Oder mein Ich weiß nicht Das wird doch passen Ich weiß nicht, dass das zu steil ist Wir können gerne jetzt erstmal so speichern und dann ausprobieren, wenn du willst Ja, wird speichern kurz und probieren was was Das ist verdorben, das kann ich nicht grillen Ich muss das verdorben nochmal rausschmeißen Ich esse schnell was Ja, ich würde verstehen, dass wir was essen müssen Ah, nee Ich habe gerade sowas erwischt, ey So, hast du locker brauchen wir noch ein Loch? Ja, ja Es wird nicht reichen Ah, schade Ich hoffe, dass es für die Treppe reicht Wo ist die Tür Ja, da brauchen wir noch Was haben wir inzeln? Nee, das ist noch irgendwas anderes Ich will nicht kratzen, was Oh, irgendeine Falle oder sowas noch? Hm Ich aktiviere mal hier die Falle wieder Ist gerade so ruhig Das regnet Gott sei Dank Ja, das ist ganz gut Komm schon Ah, ich werde abgewaschen Und mir ist kalt, na toll So, vier Loks habe ich schon mal Mehr gab es da glaube ich nicht, oder? Nein Dann müsste ich schon mal Ich muss das Tor auf Kannst gleich mal, wenn das Tor aufmacht, kann es auch gleich mal Feuer anmachen, weil Oh Mann Ich friere wie so ein Ochser da Ach, ich mag es jetzt wissen Einladen Wohl, es geht ja hängig, ne? Sieht gut aus, ne? Es geht ja hängig, ne? Kann man so lassen Ja, dann hat man das Wenn man bleibt auch nicht hängen und so ist es Gut See, und kurz ans voll Bringt das was, wenn ich mich da nur hinsetze? Wird mir da warm? Hm, doch Ich glaube, das bringt was Es wird weniger Ja, wird weniger Jawoll Nice Ausdauer und mir wird warm Ach, da kann man sich ja richtig schön zurücklehnen und einen Schluck trinken In der Tat Gut Dann machen wir das Dann machen wir den zweiten Stock jetzt mit Auch nochmal mit Mauer Oder? Ja, ja Oder möchtest du da jetzt hier schon den Pavillon oder so was? Oder schon wirklich? Zweites Stockwerk und Pavillon wäre es dann theoretisch der Ich weiß noch nicht Muss ich gucken, wie der Platz Wie es mit dem Platz ausgeht Aber ich würde jetzt mal sagen einfach Ja, nochmal, normales zweites Stockwerk Schlafzimmer und so Schön, dass das mit dem Ding so geklappt hat hier Ja, dann hauen wir mal rum Die Mauer Gut weg Und da kann man ja jetzt auch mehr Fenster rein Ja, da können eigentlich mehr Fenster Je nachdem, wo wir Regale haben wollen oder nicht Das ist gerade das, ne? Da unten haben wir ja Dort haben wir eigentlich so viel Regale und so gedacht Ne, sind ein paar ausrüsten Deswegen haben wir nur Drei Fenster auf der Seite Da kommt wieder die Treppe hin Ähm Wow Bisschen runtergeflogen Ja Also hier auf alle Fälle Weil ich mag den Blick zum Turm und zum Garten Haben hier Ja, das ist gut eigentlich, wenn man hochkommt So, dass man mal rausgucken kann Das ist auch ganz schön Hinten, dass man schon die Fallen anschauen kann Ah, hast du schön Da eigentlich auch Ja, überleicht So schön Eigentlich kann man das fast überall machen So Fenster fast Die Wand nicht Oder die Wand auch Die Wand nicht, lass ich sagen, weil das ist nicht schön Beim Turm raus zu gucken, ich finde das ist nicht so toll Ja, ich glaube das lassen wir so Passt 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 Hallo Das ist doch da Oh, komm, komm Jawoll So So Dann haben wir das Das haben wir auch Das haben wir auch Das war auch Oh, das wird richtig schönes aus Nice Wunderbar Oh, Knochen Okay, ne Ja, jetzt werden wir hier Aber die will ich erst bauen, wenn vielleicht die Wand steht Um zu gucken, ob das schon noch passt Dann Ja, dann hol mir Mal So, ja Blöd Hm Wollen wir jetzt hier da unten schon die Brauchen wir Okay, wollen wir überhaupt Räume machen Also hier Glück sagt, wenn wir hier reinkommt So ein Klein Flur Also Hm Obwohl Ne Hm Warte ich über der Krass Wenn ich hier Großartige Räume bräuchte Das weiß ich nicht Unten Also ich sag mal Das Haus ist eigentlich schon fast klein Um Wände zu ziehen, oder? Eigentlich schon, ja Ich sag's fast so lassen Ja Keine richtigen Räume machen Genau Hier oben kommen wir dann Einfach gemütlich Man kann ja dann Man kann ja dann so Raumtrenner reintun So eine kleine Steinmauer Weißt du, wie ich mein? Dann so Raumtrenner Oder so dann Ja, genau Weißt du, so ein kleiner Raumtrenner Wenn ich da sowas hinmach Weißt du, da hinten die Betten und so Sowas können wir dann machen Das ist eine gute Idee Gute Idee, oder? Ja, gut Dann machen wir erstmal Es wird eh grad wieder hell Und das ist super, weil dann können wir Da 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 Baumstämme holen Baumstämme Baumstämme Ich mach aber mal zu, ne? Irgendwie, weil Da muss das wieder kommen Und plötzlich ist da so Neue Mutant So, hallo Ich bin hier neu eingezogen Ich bin neuer Neuer Mitbewohner Diese Steine Und diese Oh Mann Diese Steine Und diese In dem Moment In dem Moment Wo das sagt Das ist mal Huuu Oh, das sind viele Kleinscheiße Oh Gott Mit Mutantisches wär ekelhaft Ja Ja So Es ist Die ist da Wow Leute, mit dem Baum Ich hab den Baumstämme Nice Da Nein Boah Ich war nicht mal in meiner kacken Nähe Ey, ehrlich Und ich fall tot um Ja, sie sind nicht tot Aber ich fall um Wo ist denn der? Bei einem Zeltplatz Ja, ne auf das Re Kann ich jetzt was kommen Oh, das Re Nein, lass es doch Du kannst auch nicht wegrennen Oder flüchten oder so Geht nicht Doch, klar Ne, wenn ich wegrenne Der läuft dann auch Diese scheiß Kurve Habe ich keine Chance Oh nein Einfach Shift drücken Und einfach nach links rennen So zu sagen Ne, kippe ich trotzdem um Wow Jan, mich trifft das jetzt Wo alle ich schiege ich glaube ich sind sogar gleich kleinviech an Ja, die sind ja teilweise mehr figer wie Ja Wo ist der jetzt hin? Ist der tot? Hä, der fette ist tot? Hä, der fette ist tot? Nein, der fette ist tot Ja Boah, du Sack Und tot, du Sack Komm da, klar, weil er auf dem Stein gebackt ist Was ist denn du für'n Cutsider? So, wo ist denn der fette da ist? Ich will auf Habe ich jetzt eigentlich nur so billig Zeug wieder, oder? Das nervt so Dass ich Wenn ich die Alle Pfeile aufhebe Das sind immer diese billig Dinge Ja, das ist ein bisschen merkwürdig Bei dir aber nicht, oder? Oder auch? Ja, doch Doch, doch, doch Waren das noch mehr? Oder waren das nur die? Ich glaube es waren nur die Okay Ne, das blöde ist Die Pfeile kann man nicht abklicken Sondern man kann es hier nur verschießen Wo ist da meine Baumstämme hin? Ach da, die sind grad nicht beim Zeltplatz Okay Krass, dass der Mutant eigentlich alleine war Also, abgesehen vom kleinen Viech, aber Ja, wir machen mal Ausdauer Man müsste eigentlich immer so einen Hocker mitnehmen Also, so, 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 so ein Klappstuhl wäre ganz cool Ich überlege gerade, ob wir diesen einen Baum am See stehen lassen Falls wir wirklich mal bis zum See kommen Und, äh Und, äh Ey, sag er mal Nein, ich soll euch jetzt mit Blick verloren Und... Ach, Gott sei Dank Ich höre es extrem rumtrampeln Aber ich sehe niemanden Ich geh mal zurück So Bin wieder da Weißt du wie... Ich hab von diesem Baum geredet Hä, ist das ein Baum mit einem Baum? Ich wollte ganz einfach sagen, du hättest Ist doch der Baum noch Hä? Lol Alles klar Ah, von dem Baum habe ich geredet Dass ich den Baum stehen lasse Weil, wenn wir hier mal angekommen sind Wäre der Baum ganz schön Wenn wir hier so einrahmen So... Oh, guck ja Weißt du wie ich mein? Jo Ist es eigentlich klares Wasser? Ja, gut Ah, da haben wir erstmal zerstören Moment Hast du du mit? Ja Was bis hierhin die Siedlung ja weiter Ja Da sind nicht mal Fische drin Da sicher sind da Fische drin Da Eins, zwei Oh ne, oder? Scheiße Also ich sehe jetzt zwei Fische Hast du nicht mehr drauf Haben wir dir? Ne Nimm die jetzt mit Hä, das ist ne Oliveira Nimm die Scheiße Boah Shit Ja, jetzt ist es ja auch passiert Das passiert mir ständig Das passiert mir so oft Ich trau mich jetzt fort Ich tue die zwischendurch weg Ich trau mich jetzt fort Ich tue die zwischendurch weg Boah Alter, was für ein Slalom hier durch ey Diese Steine, Baumstümpfe Geht mir nicht auf den Nächsten Wow Wo ist das denn? Ich hab keine Technik Oh Ich eigentlich witzig Wenn du voll noch umgeschleudert wirst Wär schon cool gewesen Na ja Oh, ich muss mich beteiligen Wenn du was tut Hast du Hunger? Nö Nicht? Was? Ja, ist ja nicht roughed Oder so Alles gut? Na ja, ich hau mir jetzt ein Richtig fettes Steak hier drauf Mal gucken Das wird mir jetzt zu faul Sag mal, hat es nicht geregnet gehabt? Ja Warum sind die Dinger dann leer? Gute Frage Gute Frage Gute Frage Hab ich mir ja schon Ich trage jetzt ein Soda Weil wir eh wohl so viel von den Dingern haben Ja gut Und wenn wir jetzt eigentlich das abgeladen haben Dann kommen wir die Runde EPN Ist schon wieder so weiter Tatsache Moment Wo ist es jetzt? Ja Was denn? Boah Boah das hasse ich ne Wenn du grad irgendwas grillst Und dann Eigentlich ein Fleisch drauf hast Und dann blässig geht's Feuer aus Toll Wow Was? Ja ja Ich hab grad das Fallschaden bekommen Obwohl das ja nicht zogen Was? Was soll denn jetzt Gefahr ist da? Wieso hab ich eigentlich die Axte nahe? Ich hab aber nicht So, wieviel brauchen wir noch? Ja, bisschen noch Ja gut, ne? Ja gut, ne? Hm So Habe ich eigentlich noch Aloe Vera Ich hab eins gefunden Aber Aber Aloe Vera Kann man irgendwie nicht im Garten abpflanzen Kann es sein? Doch Warum hab ich nie welche davon? Ach da Leute Okay Aber ich hab nie Samen von Aloe Vera Ganz komisch Doch ab und zu mal Ja 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 Ich nehme meinen Wagen und hole mal weiter Holz Ja Ja Stimmt 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 Das ist wieder nur Knochenrüstung an, ne? Wollten nur gesagt Ne Zwei Mutanten an Ja Da hast einmal Mutant und musst du noch Mutant Würm und Darm eigentlich Würm und Darm eigentlich Also einem Hm Na gut Ich werde halt zwei angezeigt Okay Ja, du hast noch ein bisschen mehr Mutanten an der Hänge Ja, ich hab nur Mutant drin Ach so Aber ich hab gar keine Also, mir fehlen vier Felder Sagen wir's mal so Ich hab keine volle Rüstung So Ach so Gut Ähm Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und äh Wir sehen uns hoffentlich noch nicht so in Folge, wenn das Haus hier Fast fertig wird Iiiiihah Iiiihah Iiiihah Ja Schnell bänden Hm? Was? Schnell bänden, weil er schon angegriffen hat Ich speichern noch mal kurz Ja, dann speichern ja Genau Dann Dann Tschüss Tschüss Tschüss